Wir kommen zum Acht-Part oder Acht-Num? Ja. Äh, warte. Acht-Part? Ja, Acht-Tolder. Ja, okay, okay. Acht-Num oder neun-Part, keine Ahnung. Sagen Sie mal Acht-Part. Acht-Part von Minecraft Hardcore. Und ja, im letzten Part haben wir ja uns entschlossen, ein bisschen zu reisen zu gehen. Kommst du, oder was machst du? Da muss ich einfach jetzt nach vorne reisen. Ja. Durch diesen Weg. Vielleicht entdecken wir noch was. Mhm. Dahinten sehe ich schon ein bisschen Sand, aber ich bezweifle, dass es dort ein Bild schafft. Also es ist sehr, es war richtig nice gegen den Karotten. Da krieg ich mich kaputt, weil da sieht komisch aus. Mhm. Ja. Aber man, man kann ja jede Hoffnung haben. Weil wir haben die Map ja komplett fast ergründet. Da haben wir ja nicht mehr so viel zu sehen. Ja. Und wir haben in der, äh, hab so, äh, nicht aufher bekommen. Ja. 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 Ich glaube schon wirklich, dass wir hier nix mehr finden können. Wir können jetzt nur noch da hinten hin danach gehen. Weil wir können jetzt kurz... Oh! Zuckereus! Wie stehe! Ah! Nee, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Ja, tun leid, tun leid, ich würde das nicht tun, als ich... Kleiner Unfall gebaut, nix kaputt gegangen. Okay, ich glaub diesen Weg kommt nix mehr, also auf dem Wasser. Ja. Ach, das bist... Ah, ein Leben-Biom, ein Leben-Biom, ein Leben-Biom. Oh! Geil! Weil Leben-Biom ist cool. Hä? Ah, den zum Fisch. Hab gedacht, ne... Du weißt was... Ah, Akazien-Biom da hinten. Akazien... Guck! Okay. Lehm oder... Was willst du? Soll ich Lehm holen und du Katzchen? Nee, lass mal. Die erkunden ja als erstes Mal. Das ist das Wort erkunden, vielleicht nicht, oder? Ah, nein. Doch. So. Nicht ein-cracken, bitte. Nein! Nicht da! Nein! Ich bin zu gut. Ich bin zu gut. Ich bezweifle ab jetzt, dass wir hier in dieser Welt einen Villager drauf haben. Denn sie haben die Kreative fällt, dann können wir nicht... Nein! Okay, mein Boot ist kaputt. Oder glaubst du, es ist ein Unterisch-Billager-Bot? Keine Ahnung. Hm, glaube nicht. Aber mein Boot ist kaputt. Ah, nee! Boot! Warte! Mein Boot! Mein Boot! Mein Boot ist wieder kaputt, und mein zweites ist schon kaputt. Ah! Ja, probiert mich nicht, dass er jetzt wirklich zurückkommt. Warum? Was passiert denn? Da hast du kein Boot mehr. Da hast du kein Boot mehr, da muss er zu Fuß zurückkommen. Ein Zand-Biom! Stimmelverläufe! Stimmelverläufe, du hast die einsteckst eine Gefangenen. Ja, das ist voll mit meinem Leben. Ne, hör mal alles raus! Ja, du hast die Gefangenen! Ja, du hast die Gefangenen! Zeugelverläufe, weil du mit deinem Leben gerust! Ja, du hast die Gefangenen an Mrs. Leufe. Und du hast gerade einen Apfel! Ich habe zwei. ein gut gut gehen das sind drei ich er kann man nicht ganz gucken die war für das wieder die es wird sich was sagst du das ist schlecht was wird einem Werkbau mitgenommen sich eine Frage hast du deinen Werkbau mitgenommen? Nein Scheiße, nee, warte mal die Botaske, ich hab noch immer meine 3 3? Ich das 1? Egal, ich geh bei einem, oder es kommt, du weißt ja wo ich geh ich bin bei mir aber es geht immer so schnell, ist das Lim? Bist du sicher das ist Lim? Bist du sicher das ist Lim? Bist du sicher das ist Lim? Ich fülle, ich fülle den normalen Kann man mit dem normalen Schaufel so abbauen? Ne, ne? Sag nicht nein, sonst habe ich das rein Du weißt schon, Lehm ist, Lehm ist nur diese Wirke, die so richtig ausfällt Das hier hinten, also wo ist es? Das hier hinten, das hier ist Sand Wir fahren jetzt ein bisschen das White Clay, das ist geiler Hey! Wir müssen bald einen Cut machen, glaube ich Jaja, du hast schon die richtigen Instinkt, aber er ist in einer Minute Wir können auch später den Cut machen, aber unser Folgen sollte ja nur eine Viertelstunde lang sein Komm, bauen wir lieber nicht alles auf sich, dass wir jetzt alles schon verschrafen Oh mein Gott! Ehm... Wie viele hast du? Hmhm Ich habe 52, Eichweiß gefärbt der Leben Eichweiß gefärbt der Leben und 10 Oranges gefärbt der Leben Es ist still white Es ist einfach mal Das ist einfach ein paar Leute Ausmaß 팀, meine Pistin, meine Pobouk américern Ja, okay Ich nehme mal mehr Ich nehme, ich nehme die Saccharine Und auf dieser kleinen Insel Komm, wir gehen auf dieser kleinen Insel ich komme zu Fuß ohne dem Boot okay ich bin hinter dir wenn du fragst oh Gott warte stopp 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 sie ist da hinten von hier aus weißt was da ist was schau von hier aus was sie ist da hinten eine Spinne ne ein Creeper hä? egal aber komm wir müssen jetzt den Cut setzen wir sehen schon an ja ok dann wieder ein Creeper ist da er sagt Creeper doch er sagt Creeper Creeper und 3 Spinnen 4 Spinnen 4 Spinnen fuck die shit im out der Creeper kommt der Creeper kommt ok wir müssen vorne sind da glaube ich einmal dass so eine kleine Insel safe ist sie ist einfach 4 Spinnen und 1 Creeper kommt das ist selten komm wir müssen erkunden ja komm ich komm dir nach ja ja dann wird doch wir wir gern essen oder wenigstens oder wenigstens Ofen also wenigstens Vatoffeln die werden mir auch gut gelesen sein aber leider gibt es das hier nicht in dieser Welt ich komm zu früh bei dir ist das ok ich bin nicht angenommen man ist einfach so am Boot im Wasser kaputsch hä hä ich hab noch 3 er hat kein Spritz mehr meint glaube ich ich hab noch 2 Boote komm 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 hier hinten bei dann ich geb dir ein dann muss mir verbrechen dass das nicht kaputt maß ist das kann nicht gut versprechen weil Holz ist schlecht ja aber wir haben ja keine andere Boote in Minecraft oh das geht oh das geht ok aber pass auf jetzt nicht gegen Seehosen weiter fahren ok ja das ok 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 wie der wall ist direkt hier ja komm komm geh mal ohne boot hier hin deswegen ist hier direkt kaputt gegangen partie in dem wall ja dann müsste sie fast geschlossen oh nein ich wäre schon mal ein Holz unter Wasser ok ok ja ich muss eh das Holz hier hinten eh fallen denn wir haben hier keine Bergbank mehr und ich hab schon noch drei und ein halben ähm ich wollte es sagen ich hab ne Warponk ah da komm hier raus wo bist du wo bist du ah nein oh ok da cool ich lass das Steine von den Ofenkraft und dann direkt Kohle rein wir haben keine Kohle ja ich hab Kohle wo hast du den ich hab's noch immer von vorhin ich hab's nicht in die Probe ich hab sogar noch immer die Diamanten dabei aber wir brauchen Öktizian ja aber das hat doch Zeit darf ich jetzt abbauen ey lass 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 das Steine von was heißt das dann bekomm ich drei weil ich jetzt das haben auch mit der um die dann gehen wir finden sie ist meine Fleisch 4 Homo Fleisch und 3 sehen um die gerade kann ich ja mein Fleisch warum um für die die das ist der Gäste wenn ich jetzt gehen machen 7 bis 3 so, da ist was frei, so kannst du dir das Maggotton ähm, ähm, hinter dir's Creeper hinter dir ähm, hinter dir's Creeper, ich habe so ein bisschen gebraucht ähm, nicht an die Boden, äh, an die Buhdre auch kein Dorky auch kein Dorky Dann sitzt du noch ein Pieper. Noch ein Pieper. Auf, 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 auf. Auf, 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 auf. Hast du noch Fleisch ist eine Frage. Ich habe noch nicht schon zu essen. Okay. Aber ich hab genug. Okay. Wie ist das? Das ist meine Frage. Ja, okay. Okay. Okay, okay. Äh, äh, äh. Ähm... Du kommst durch. Nein, du kannst behalten. Behalt es. Ähm... Warum? Du willst jetzt ein Level haben. Hab ich gedacht? Ähm, ja. Ich bin Level-Guy. Ich bin Level-Guy. Bald nicht mehr. Ah, Sklett Börsel ist Hund. Wer gewinnt? Hund. Also, wow. Aber einfach nur Popcorn. Oh, spätestens ein Speck mit einer vollen Lederrüstung. So, so. Warum? Leder ist scheiße. Es ist aber ein Sklett. Der kommt auf den Bogen und dann... Batsch, Batsch, Batsch und du bist durch. Was heißt Batsch, Batsch? Nein. Hol es jetzt nicht. Jetzt bleibe ich es immer. Immer. Äh, was machst du da? Doch, du hast noch Fleisch. Hä, wo ist mein Fleisch? Hä, wo ist mein Fleisch? Hast du alles? Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich. Doch, hab ich. Wenn du erst einen wegpatschst, ne? Hörst du mich gerne nicht mehr. Nein, ich hab... Aha! Gib mir! Nein, hab ich nicht. Gib! Wo ist mein verdammter Fleisch? Ey! Fotokarten. Danke schön. Ich hab noch... Eine Kohle. Ciao. Oh! Oh, ich hab fast... Egal, egal. Wir müssen eh jetzt die Folge werden, denn... Wir sind nur noch 10 Sekunden deswegen. Ich werde aber behaupten, dass wir uns zur nächsten Folge Minecraft Hardball wiedersehen. Ja, ciao. Ja, ciao.